Musik Mein Name ist Anthony Mendoza, ich bin 4. Jahre alt, ich komme aus Groß-Umstadt. Musik Ich tätowiere seit 16 Jahren. Angefangen habe ich mit kleinen Tattoos, Schriften, Sterne und so weiter. Meine Stilrichtungen sind polonesisch inspirierte Tattoos und Black and Grey. Musik Ich habe meinen eigenen Laden in Groß-Umstadt. Man kann mich unter Facebook, Instagram erreichen. Ich habe auch meine Webseite, könnt ihr gerne mal reinschauen. Musik Musik Ha 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 ha!